Der FC Barcelona steht nach dem überraschenden Unentschieden im Achtelfinal-Hinspiel gegen Olpiklis gehörig unter Druck. Zwar sind die Katalanen im Rückspiel im Camp Nou, Champions League, FC Barcelona, Olpiklis, ab 21 Uhr im Live-Dicke, alle Infos dazu auch ab 20 Uhr im Fintuk im TV auf Sport1, der haushoher Favorit, unterschätzen sollte die Franzosen im Lager des spanischen Meisters jedoch niemand. Meist gelesener Artikel 1 Fußball-Bundesligase reagiert Breitner auf Hörnes 2 Fußball-Champions-Lea-Gü Schneider deutet Tedesco aus Andrei-Fußball-Grindl-Bericht-Interview Ab 4 Fußball-Champions-Lea-Gü Van Dijk ist Liverpools Trump 5 Fußball-Europa-Lea-Gü Hütter boykottiert Park gegen Inter das Duell wird erst noch entschieden, sagte Trainer Ernesto Wallwerden nach dem Hinspiel. Wir müssen zugeben, dass das 0 zu 0 ein gefährliches Ergebnis ist. Wir hätten es verdient gehabt zu gewinnen, aber es sollte nicht sein. Anzeige Leon reicht unentschieden zum Weiterkommen. Leon ist in dieser Champions League-Saison noch ohne Niederlage, sorgte gleich zum Auftakt der Gruppenphase mit einem 2 zu 1 Sieg bei Manchester City für ein dickes Ausrufezeichen. Was folgte, war eine Serie von 6 Unentschieden in Serie, darunter ein 3 zu 3 und 2 zu 2 gegen die TSG Hoffenheim. Auch gegen Barcelona würde Leon unentschieden zum Weiterkommen genügen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Angriffsreihe rund um Top-Tor-Schütze Musa dem Wille mindestens einen eigenen Treffer erzielt. Ich bin froh, dass wir hier kein Tor kassiert haben, denn dann wäre es ein anderes Spiel gewesen und wir hätten hinterher laufen müssen. So haben wir das Unentschieden und am Ende war es ein verdientes Ergebnis, hatte National-Torwart Marc andere Teerstegen nach dem Hinspiel-Bilanz gezogen. Barcelona geht mit Rückenwind ins Rückspiel. Barca geht seinerseits mit dem Rückenwind von 4 Siegen in Serie, darunter 2 gegen Erzrivale Real Madrid, in die Partie. Dabei werden die Fans auf eine ähnliche Gala-Vorstellung ihrer Mannschaft hoffen, wie im letzten Heimspiel gegen León. Im Achtelfinale 2009 setzten sich die Blaugrana in einer furiosen Partie mit 5 zu 2 durch und zogen nach einem Unentschieden im Hinspiel souverän in die Runde der letzten 8 ein. Der Sohn gratis testen und die Champions League live und auf Abruf erleben. Anzeige Das letzte Mal musste Barcelona in der Saison 2006-2007 bereits im Achtelfinale die Segel streichen, zog seitdem immer mindestens ins Viertelfinale ein und holte in dieser Zeit dreimal den Henkelpott. So können Sie FC Barcelona, All-Pick-Leon live sehen, TV, Stream, der Sonn-Live-Ticker, Sport1, D- und Sport1-App. Então gekrは von uns in die Bergai Christen und die мечte, das schon in diese Zeit in Paris war. So können Sie die Christen und ich mit diesen companions planeten incredibiliere den Wein und die Menschheit in Europa spielen. So können Sie mit diesen Worten werden sie anziehen, wenn Sie ein bisschen mehr learnstps wissen, mit denen Sie die Christen in die Geschmache in die Giële eine Alternative.